Herzlich willkommen zu dieser irgendwas gut 90. Folge von Europe Calling, dem politischen Webinar-Format, das Menschen, die im weitesten Sinne etwas mit europäischen Entscheidungen zu tun haben, zusammenbringt mit Bürgerinnen und Bürgern. Und genau darum geht es heute auch wieder. Und dieses Mal habe ich mir drei Juristinnen eingeladen, die mich über ein Thema aufklären sollen, was mich schon lange umtreibt und das ich nur oberflächlich verstehe. Und ich glaube, es geht vielen Bürgerinnen und Bürgern auch so. Zu diesem Webinar haben sich immerhin 1.350 Leute angemeldet, um zu erfahren, wie ist denn das mit dem too big to jail. Also in der Finanzmarktregulierung, wo ich eher herkomme, gibt es dieses too big to fail. Also das heißt, eine Bank oder ein Finanzakteur ist so groß, dass man sich nicht traut, das Haftungsprinzip durchzusetzen, sondern der Staat zahlt für die Verluste, nachdem man vorher die Vorteile privatisiert hat. Und aus diesem Satz, dieses too big to fail, hat sich der im Englischsprachigen, der ein bisschen als halber Witz gemeinter Spruch, too big to jail entwickelt. Was bedeutet, wie kann es denn sein, dass diejenigen, die verantwortlich sind, für große Fälle von entweder Kriminalität oder zumindest schweren ethischen Vergehen, dass die eigentlich so selten, wenn es um Großunternehmen geht, im Gefängnisland. Jetzt ist, wissen wir auch, Gefängnis ist nicht der beste Ort der Besserung. Insofern geht es mehr um diese, bei dem to jail nicht notwendig um das Gefängnis, sondern es geht um eine faire Sanktion. Und diese faire Sanktion, die erfolgt ja doch wirklich selten. Also zum Beispiel in meinem Bereich der Finanzmarktkrise wissen wir, wie viele Banken wirklich vorher krumme Geschäfte gemacht haben, ist alles aufgearbeitet worden in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, wirklich im Gefängnis gelandet, ist in Deutschland eigentlich niemand. In Amerika ist man ein bisschen weniger zimperlich, aber auch dort im Verhältnis zu den riesigen Schäden, vierstellige Milliardensummen, muss man doch sagen, während Leute bei kleineren Ladendiebstählen relativ bald hart sanktioniert werden, ist man als Manager häufig sogar noch versichert, wenn nämlich es einfach nur um Fahrlässigkeit geht. Und daher fragt man sich ja schon, wieso gibt es hier diese faire Bestrafung nicht? Und offensichtlich ist es nicht so leicht, tatsächlich Rechtsverstöße nachzuweisen. Und daher stellt sich auch die Frage, gibt es nicht auch kollektive Verantwortung bei einem Unternehmen? Auch dann, wenn man eine individuelle Schuld nicht so leicht nachweisen kann. Also was muss man ändern, damit es letztlich das Haftungsprinzip in der sozialen Marktwirtschaft auch bei großen Fällen von Wirtschafts- und Finanzkriminalität gilt. Und ich bin super gespannt, weil wir haben so viel Expertise im Raum. Eine da auf den Bereich spezialisierte Wirtschaftsjuristin und Strafrechtlerin, unsere Fachfrau im Bundestag, Obfrau im Rechtsausschuss und worauf ich besonders erfreut bin, worüber ich besonders erfreut bin, aus dem Kreisverband Pferden an der Aller. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich da einiges mit zu tun habe, wenn ich da nicht Mitglied bin. Lela Gumnior steht jetzt auf der niedersächsischen Landesliste und hat, kann sich gute Hoffnung machen, bald Manuela zu ergänzen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und sie ist Strafrechtlerin und forscht auch zu diesem ganzen Thema. Also heute wird es auf jeden Fall spannend. Und hinterher haben wir dann womöglich einen Plan, wie wir denn diese, diese Kultur der Straflosigkeit, die sich hier in Deutschland offensichtlich eingeschlichen hat, wie wir das vielleicht ein Stück weit korrigieren können. Wir fangen so an. Zuerst natürlich Professorin Beckkämper, bei der ich mich noch mal besonders bedanke, weil sie sehr kurzfristig hier eingesprungen ist. Und außerdem, und dann reagiert Manuela Rottmann und dann Lena Gumnior. Und ich habe noch eine Bitte, wie das hier so abläuft. Und zwar zunächst mal bekommt ihr wirklich was zum Mitnehmen. Und danach freue ich mich währenddessen schon auf Fragen und Kommentare. Und die könnt ihr in F und A einfach eintragen. Und jetzt kommt der Trick, die Kommentare, die ihr besonders schlau findet, bitte mit einem Like unterstützen. Weil dann werden die hier am Schluss auch gut wahrgenommen. Und die behandeln wir hier auf jeden Fall auch. Und es lohnt sich auch, das nicht nur am Anfang zu machen, sondern auch später. Weil sonst später gemachte Kommentare häufig es nicht mehr hochschaffen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und ich habe auch noch eine Bitte, damit noch mehr Leute sogar hierher finden, könnt ihr gerne die Tatsache unseres hübschen Webinars noch in den sozialen Medien verbreiten. Habe ich noch einen kleinen Hinweis gerade in den Chat gepostet. Aber jetzt bin ich doch gespannt, Frau Professor Dr. Katharina Beckkämper, ich weiß nicht genau, wenn das mit dem CK bei Ihnen ausspricht. Jetzt bin ich gespannt, wo hakt es? Warum gibt es ein Too Big to Jail? So, absprachegemäß habe ich eine ganz kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die jetzt in der Bildchinteilung zu sehen sein müsste. Frau Rottmann, Sie sagen ja, also vermute ich mal, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehen das jetzt auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ehrlich gesagt, ich schätze es auch manchmal ein bisschen, erst am Dienstag angerufen zu werden, um am Donnerstag einen Vortrag zu halten. Dann ist nämlich die Zeit, um aufgeregt zu werden, einfach sehr viel kleiner und sehr viel geringer. Das ist ja auch schön. Und Herr Giegold, Sie haben ein, wie ich finde, sehr schönes Thema gewählt, nämlich die Unternehmenssanktion. Sie haben das Ganze dann aber auch unterschrieben mit Too Big to Jail, das Ganze mit einem Fragezeichen. Ich habe mich, als ich die Präsentation vorbereitet habe, selber gefragt, ob ich nicht einfach ein Ausrufezeichen dahinter setze. Und zwar nicht, weil ich das so glaube, sondern weil die Frage ja schon in eine gewisse Richtung weist. Und ich bin mir nicht so sicher, ob diese Richtung stimmt. Und das werden wir heute vielleicht gemeinsam miteinander diskutieren. Meine Aufgabe wird es sein, in den ersten 20 Minuten eine kleine Einführung in das deutsche Recht zu machen. Wie können wir überhaupt jemanden sanktionieren? Und zwar individuelle Personen, die aus dem Unternehmen heraus eine Straftat begehen oder vielleicht auch das Unternehmen als solches. Und ich weiß, dass ich damit eine relativ schwierige Aufgabe habe, weil Jura ja, völlig zu Unrecht natürlich, den Ruf hat, sehr trocken zu sein. Ich kann an dieser Stelle sagen, das ist ein Gerücht. Und wir werden heute Jura ohne ein einziges Paragrafenzeichen machen. Das kriegen wir aber hin. Und im Anschluss werden ja Frau Rottmann und Frau Gummior dann nochmal ein bisschen an Fachwissen hinterherwerfen. Ich muss erst einmal Sie alle ganz herzlich bitten, dass wir uns immer wieder selber ein bisschen disziplinieren und uns fragen, worüber reden wir eigentlich gerade? Unternehmenssanktion too big to jail heißt das Thema. Aber um wen geht es hier? Geht es um eine individuelle Person, die ist hier auf der rechten Seite sehr klar erkennbar als der Bösewicht dargestellt? Oder geht es um die Sanktionen des Unternehmens als solches? Unten haben wir die deutsche Strafjustiz und die kann sich natürlich in erster Linie wenden an eine individuelle Person und zum anderen vielleicht in einer abgeschwächten Form, das werden wir mal sehen, auch an das Unternehmen selbst. Und wir werden anfangen erst mal mit der individuellen Verantwortlichkeit. Das heißt, wie ist jemand strafbar, der aus dem Unternehmen heraus eine Straftat begeht? Und Sie werden sehen, ich habe jetzt dieser Person jemanden an die Seite gestellt und dieser jemand ist jetzt die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstandsvorsitzende. Also das ist nicht die Person, die die Straftat begangen hat, sondern das ist die Person, die dem Unternehmen vorsteht, als Vorstand, Geschäftsführer, wie auch immer. Und die erste Frage, die ich hier stellen möchte, so möchte ich mal eine kleine Einführung beginnen mit, wie können wir Menschen bestrafen, die aus dem Unternehmen heraus Straftaten begehen? Und es kommt die gute Nachricht, das deutsche Recht ist da, jedenfalls so wie es geregelt ist, wie es angewendet wird, mag was anderes sein. Darüber werden wir heute diskutieren, aber so wie es geregelt ist, erst mal ohne Fehl und Tadel. Also die Person, die die Straftat begeht, zum Beispiel Bestechung, Untreue, Betrug. Wir nennen das im Volksmund, nennen wir Bestechung auch gerne Korruption, aber ich glaube auch unter Untreue, Betrug oder Marktmanipulation. Sie haben gerade die Finanzkrise angesprochen, können wir uns alle was vorstellen. Können wir sagen, wer aus dem Unternehmen heraus konkret eine Straftat begangen hat, können diese Personen ermitteln, können diese auch bestrafen. Da brauchen wir im deutschen Recht wirklich nicht noch einmal an die einzelnen Tatbestände ran. Im Gegenteil, ich vermag da eine gewisse Überregulierung zu verzeichnen. Aber was ist eigentlich mit der Person, die finde ich ja viel spannender, die ich erst später der sehr klar kriminellen Person an die Seite gestellt habe, nämlich die Person, die im Unternehmen einfach die Führung inne hat. Können wir auch an die ran und Herr Giegel hat in seiner Einführung ja schon so ein bisschen geteasert, das sind in der Tat die Personen, die vielleicht spannender sind und eher die, die zu dem Thema passen, too big to jail und sie hören an meiner Stimme ohne Ausrufezeichen, mit Fragezeichen. Und ich würde sogar hier die Antwort sehr klar geben, nein. Wir können relativ ohne Probleme Führungspersonen aus einem Unternehmen bestrafen für ein Delikt, das heraus aus dem Unternehmen begangen worden ist. Das ist rechtlich gesehen unproblematisch. Und zwar haben wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine echte Strafbarkeit. Und zwar sagen wir, derjenige, der sehenden Auges, das ist aber wirklich wichtig, sehenden Auges daneben sitzt, wenn er sieht, dass eine Person, für die er verantwortlich ist, eine Straftat begeht, der wird wegen der gleichen Straftat begangen, bestraft, begangen durch unterlassen. Ich versuche das in Fortbildungsveranstaltungen immer so zu beschreiben. Die Mutter, die sieht, dass ihr dreijähriger Sohn ein Matchbox-Auto im Karstadt klaut, die können wir eventuell auch wegen Diebstahls durch unterlassen begangen bestrafen. Das ist beim Diebstahl nochmal eine Sondersituation, das will ich hier aber nicht ausführen. Aber ganz grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, eine Person, die gar nicht handelt, auch zu bestrafen wegen des gleichen Delikts, wegen der wir eine handelnde Person bestrafen und dann begangen durch unterlassen. Vielleicht noch ein anderes kleines Beispiel. Wenn der Schwiegersohn die Schwiegermutter tötet und die Tochter sitzt im Wohnzimmer und lässt das geschehen, dann ist auch die Tochter strafbar wegen Mordes oder Totschlags durch unterlassen, weil sie nichts getan hat. Voraussetzung dafür ist aber, und das ist eine der wenigen Worte, mit denen ich hier um die Ecke komme, die leider juristisch angehaucht sind, und Voraussetzung ist dafür eine sogenannte Garantenstellung. Das kann man am besten beschreiben mit Sonderverantwortlichkeit für entweder ein geschütztes Gut oder eine Sonderverantwortlichkeit, weil die Person, die gerade handelt und die Straftat begeht, überwacht werden muss. Und wir können uns das ganz gut vorstellen. Ein Dreijähriger, den muss man halt noch überwachen, deswegen ist die Mutter dann auch verantwortlich für die Taten, die das Kind begeht. Und jetzt sagt man, das ist inzwischen ganz allgemeine Meinung, es gab durchaus, das will ich nicht verhehen, eine lange Diskussion darüber, ist denn eine Person, die ein Unternehmen führt, verantwortlich für die Straftaten seiner Mitarbeiter? Also in der Tat sind Mitarbeiter auf einmal so was wie dreijährige Kinder? Muss man die überwachen? Sind Mitarbeiter per se gefährlich? Die Rechtsprechung sagt sehr deutlich ja. Das heißt, wir haben hier eine gesetzliche Regelung und das Ganze in Kombination mit einer Rechtsprechung, die ich als gefestigt ansehen darf, weil wir aus dieser Rechtsprechung nicht mehr rauskommen, nämlich auch der Unternehmensleiter, die Unternehmensleiterin macht sich strafbar wegen des Deliktes, das aus dem Unternehmen begangen worden ist. Voraussetzung, und das ist leider tatsächlich wahrscheinlich unser Nadelöhr, wir müssen nicht nur wissen, dass tatsächlich vorher Vorsatz auch bestanden hat, sondern wir müssen es auch nachweisen. Da kommen wir gleich noch zu. Wir haben eine zweite Möglichkeit. Und zwar können wir ein Bußgeld verhängen wegen der unterlassenen Aufsichtspflicht. Und ich muss an dieser Stelle ganz kurz den Unterschied zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erklären. Das ist aber auch leicht, weil wir Ordnungswidrigkeiten alle kennen. Ich wage mal eine These. Viele von uns, ich bekenne mich mal selber dazu, aber ich könnte mir vorstellen, auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon mal eine Ordnungswidrigkeit begangen. Falsch parken, zu schnell fahren. All das sind Ordnungswidrigkeiten. Die kosten Geld, aber man ist danach nicht vorbestraft. Und wir haben hier als Möglichkeit nicht nur diese Strafbarkeit wegen Begehung durch unterlassen, sondern wir haben auch noch die Möglichkeit, ein Bußgeld zu verhängen. Jetzt kann man sagen, ich habe ja auch schon mal ein Bußgeld zahlen müssen. 20 Euro war jetzt blöd, aber das hält mich vielleicht nicht unbedingt davon ab, aus dem Unternehmen heraus etwas zu begehen beziehungsweise die Aufsicht nicht zu führen. Und fairerweise, wir reden hier natürlich nicht über 20 Euro, sondern wir reden hier tatsächlich von der Million und die gehen dann auch aus den Privatsäckeln. Und dagegen, wenn wir jedenfalls ein vorsätzliches Verhalten haben, kann man sich eben auch nicht versichern. Das ist nicht versicherbar. So, Verantwortlichkeit der Individualperson vom Recht her angelegt. Aber natürlich haben Sie eine Frage, too big to jail. Warum hören wir so selten von Verurteilungen? Hm, ich werde heute eines, das werde ich an dieser Stelle schon mal sagen, ich werde heute eines nicht machen. Ich werde nicht auf meine Kolleginnen und Kollegen aus der Justiz schimpfen. Und eines, da bin ich mir ziemlich sicher, ist nicht so. Ich glaube nicht, dass es üblich ist, in deutschen Strafverfolgungsorganen Prozesse nicht zu führen, weil man denkt, oh nee, der Fisch ist mir zu groß, da gehe ich nicht ran. Ich glaube, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist ein ganz anderes. Ich habe gerade mal wieder mit einer Referendarin, eine Doktorandin von mir gesprochen, die gerade ihr Referendariat in der Staatsanwaltschaft in Berlin macht. Und die sagte, oh mein Gott, mir war nicht klar, dass es solche Zustände gibt in deutschen Strafverfolgungsbehörden. Sie sagte, ich weiß ja nicht, ist das jetzt sehr vermessen, wenn ich als Staatsanwältin finde, ich sollte ein eigenes Büro haben und nicht in einem Viererbüro sitzen, das geplant ist eigentlich für eine Person. Und ich werde Ihnen nachher noch mal ein bisschen was über Pepsi erzählen. Also wenn wir ein Problem haben, dann höchstwahrscheinlich eher auf der Ebene der Kapazitäten, nicht ein strukturelles Problem. Das kann ich für Deutschland mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn, dann wäre es bislang sehr, sehr gut versteckt geworden. So. Individualpersonen, wir können sie bestrafen, aber natürlich sind solche Verfahren kompliziert. Wir sind einfach sehr, sehr schwierig und da ist auch die Ermittlung manchmal vielleicht gar nicht mehr durchzuführen. Kommen wir zum Zweiten. Wir wollen ja auf der rechten Seite vielleicht auch noch an jemanden ran und zwar das Unternehmen selbst und deswegen fragen wir uns jetzt, kann denn die deutsche Strafverfolgung auch an das Unternehmen heran? Und beginnen wir erst mal mit ein paar Presseauszügen, weil wir ab und an in der Presse ja durchaus etwas hören. Das mag auch die hohe Beteiligung heute in diesem Webinar erklären. Wir lesen sowas ja allenthalben. Siemen akzeptiert 800 Millionen Dollar Strafe. Nächste Dieselklatsche für VW, neue Milliarden Strafen, Milliarden. So. Kanada verdhängt Millionen Strafen gegen VW. Und dann als das letzte, Daimler wehrt sich gegen einen US-Aufpasser. Was haben wir gerade auf diesen ersten Folien gesehen? Es ging um Dollar, es ging um Kanada, es ging um USA. Es geht aber nicht um Deutschland. Also das Wort Euro ist bislang noch nicht gefallen, sondern wir reden immer von diesen sehr, sehr hohen Zahlungen, die offensichtlich in ein anderes Land geleistet werden, von auch deutschen Unternehmen. Und jetzt gucken wir uns das mal ganz kurz an. Warum reden wir immer über das US-Recht? Und im US-amerikanischen Strafrecht gibt es, übrigens ohne, dass es tatsächlich im Gesetz steht, das ist als völlig selbstverständlich anerkannt, und zwar seit 119 Jahren. Es gibt echte Sanktionen auch gegen ein Unternehmen. Und diese Sanktionen sind auch gar nicht nur Geldstrafe, sondern die können auch noch viele furchtbarere Dinge vorersehen, nämlich die Zerschlagung oder dass da jemand ins Unternehmen gesetzt wird und der übernimmt jetzt mal die Führung im Unternehmen. Also kommt dann jemand und sagt, Vorstandsvorsitzender von Siemens ist jetzt jemand aus den Vereinigten Staaten. Das Ganze wird berechnet nach den Federal Sentencing Guidelines. Das ist nur so halbrichtig, aber grundsätzlich gibt es ein 42-seitiges Werk in den Vereinigten Staaten, in denen drin steht, wenn aus einem Unternehmen heraus eine Straftat begangen wird und dann gibt es über 42 Seiten ausgeführt, welche Kriterien beachtet werden müssen, eine Strafe, die sich dann eben auch auf 800 Millionen Dollar belaufen kann. Was passiert tatsächlich in den USA? Das muss man wissen. Wenn Sie mal in den einstiegigen Datenbanken gucken, nach Verurteilung gegen Unternehmen, werden Sie erstaunlich wenige finden. Also wirklich erstaunlich wenige. Es gibt welche, aber sie sind selten. Was passiert da? Man rechnet eine Strafe aus nach den Federal Sentencing Guidelines und dann geht man zum Unternehmen und man ist in diesem Fall das Ministerium, das Justizministerium, das DOJ, geht zum Unternehmen und sagt, so hör mal zu, ich habe mal ausgerechnet, was deine Strafe wäre. Das wären so 2,8 Milliarden. Was machen wir denn da jetzt? Und dann muss das Unternehmen reagieren. Und wie reagiert es? Es kooperiert, es holt sich Leute aus den Vereinigten Staaten ins Unternehmen, hat Siemens gemacht, hat über Jahre 100 ehemalige Staatsanwälte aus den Vereinigten Staaten ermitteln lassen. Ach so, das zahlt übrigens auch alles das Unternehmen. Das heißt, es ist ein System, das von vornherein darauf angelegt ist, dass es überhaupt nicht zum Prozess kommen wird, sondern diese angebliche Strafe, die wird als Verhandlungsmasse auf den Tisch gelegt. Man redet darüber und am Ende ist natürlich dann das, was das Unternehmen zahlt, immer noch beachtlich, aber nicht mehr das, was man früher angedroht hat. Aber es gibt auch in Deutschland einen Mechanismus und jetzt sehen wir hier oben die Überschrift, Siemens akzeptiert Millionen Buße. Und ich möchte mit Ihnen auf die Zahl gucken, nämlich mit einer Geldbuße von 201 Millionen Euro hat Siemens seine korrupten Geschäfte auch hier in Deutschland gezahlt. Aber jetzt gucken Sie alle mal ganz nach unten auf die Folie und da sehen Sie Folgendes, nämlich 200 Millionen Euro Gewinn. Das stimmt. Siemens hat auch hier in Deutschland 201 Millionen Euro gezahlt. Allerdings waren davon nur eine Million die Buße. Inzwischen könnte man 10 Millionen nehmen. Sie sehen, der Artikel kommt von 2007. Inzwischen hätten wir 10 Millionen, aber das ist ja immer noch ein bisschen weit weg von 200 und noch was. Und die 200 Millionen, was waren die? Die waren der sogenannte Abschöpfungsteil. Das ist das zweite und ich verspreche letzte Jurawort, das ich benutze. Und das kann man ganz gut erklären. Ein Bankräuber, der 200.000 Euro erbeutet, der wird die 200.000 Euro nicht behalten dürfen. Das wissen wir alle. Also man muss das, was man aus der Straftat heraus an Gewinn erwirtschaftet, natürlich wieder zurückgeben beziehungsweise an den Staat geben. Und das waren hier diese 201 Millionen. Eine Million Geldbuße, 200 Millionen waren der sogenannte Abschöpfungsteil. Also das, was auch der Bankräuber später nach der Straftat wieder abgeben muss. Also das haben wir in Deutschland. Wir haben eine Unternehmensgeldbuße. Nach dem sogenannten Ordnungswidrigkeitengesetz bis zu 10 Millionen Euro. Heute, damals waren es eine Million, heute haben wir 10, plus eben diesen von mir schon erwähnten Abschöpfungsteil. Aber wir haben ein Problem. Also man könnte jetzt ja sagen, okay, dann haben wir ja so was wie eine Sanktion gegen ein Unternehmen. Wir haben in Deutschland eine seit, zumindest von mir so beachteten, und es ist mir peinlich, weil ich damit Teile meines Alters preisgebe. Ich glaube, ich habe das erste Mal die Diskussion, ob man ein Unternehmen bestrafen kann vor 25 Jahren, bei meinem inzwischen akademischen Opa in der Vorlesung Wirtschaftsstrafrecht gehört. Und man diskutiert in Deutschland darüber, ob man ein Unternehmen bestrafen kann, als Strafe schuld voraussetzt. Ich werde diese Diskussion mit Ihnen hier heute nicht aufrollen. Die ist auch ausdiskutiert. Wer aber Lust hat, sich mal die Stellungnahmen zum Verbank-Sanktionsgesetzentwurf anzugucken, Sie werden immer noch Kolleginnen und Kollegen von mir finden, die immer noch sagen, Unternehmensstrafrecht, das geht nicht, das stößt gegen unser deutsches Prinzip, Strafe setzt Schuld voraus. Warum ist das aber ein Unterschied? Wir könnten uns ja sagen, naja, wir haben ja dieses Ordnungswidrigkeiten-Gesetz, wir haben ja die Geldbuße, da könnten wir jetzt ja auch 300 Millionen draus machen, aber das würde uns nicht helfen. Warum nicht? Und das sehen Sie auf der rechten Seite. Die Ordnungswidrigkeiten unterliegen dem Opportunitätsprinzip und Sie sehen, ich habe Sie angelogen, es kommt noch ein Jurawort, was heißt Opportunitätsprinzip? Dass es keine Pflicht gibt zur Verfolgung. Das heißt, die Staatsanwältschaften können sich überlegen, ob sie Bußgelder verhängen oder nicht. Das geht im Strafrecht nicht, da muss man verfolgen. Im Ordnungswidrigkeitenrecht allerdings gibt es dieses sogenannte Opportunitätsprinzip, das heißt, ich kann mir überlegen, ob ich ahnde oder nicht. Ja, und jetzt werden Sie mir folgende Frage stellen, nämlich, wird denn flächendeckend und vor allen Dingen gleichmäßig diese Geldbuße verhängt? Und da kann ich Ihnen ganz klar sagen, nö, das ist wirklich, das wissen wir inzwischen. Es gibt dazu sogar mehrere Untersuchungen. Eine hat es zu einer gewissen Popularität geschafft, nämlich, sie ist auch in Auftrag gegeben wurde damals vom Land Nordrhein-Westfalen, weil es einen nordrhein-westfälischen Entwurf gab zum Unternehmensstrafrecht. Und man hat herausgefunden, es gibt tatsächliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Und es gibt tatsächlich, das muss ich sagen, es gibt so ein paar Staatsanwaltschaften, die da sehr ja, sich vorgetan haben, die man auch in der Presse immer wieder liest, und zwar sind das Bochum, Stuttgart und München. Die sind offensichtlich sehr viel gewillter oder besser ausgestattet. Woran liegt das, dass es dieses Vollzugsdefizit gibt? Es gibt mehrere Gründe. Zum einen muss man sich immer vor Augen halten, die Verfolgung wegen eines Bußgelds gehört nicht zur originären Aufgabe der Staatsanwaltschaft, deren originäre Aufgabe ist es, Straftaten zu verfolgen und nicht Bußgelder. Bußgelder werden ja eigentlich von einer Ordnungsbehörde verhängt und nicht von der Staatsanwaltschaft beziehungsweise vom Gericht. Aber hier jedenfalls, wenn wir eine Straftat haben, ist es die Zuständigkeit des Gerichts. Es ist natürlich ein unglaublicher zeitlicher Aufwand und ich habe Ihnen erzählt, ich werde angekündigt, ich werde Ihnen etwas über Pepsi erzählen. Pepsi ist für Justizangehörige etwas sehr, sehr Wichtiges und zwar ist das Personalbedarfs Berechnungssystem. Abgekürzt Pepsi schreibt sich anders, als man spricht, also nicht wie das Softgetränk und nach meinen Informationen, das muss man sich wirklich mal, da muss ich jetzt langsam reden, weil das ist ein Skandal, Staatsanwaltschaften haben nach dem Pepsi für die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeiten 16 Minuten, Pepsi sagt immer pro was du machst, bekommst du so und so viele Minuten gut geschrieben, veramtsgerichten sind es immerhin 39 Minuten. So, jetzt können sie sich vorstellen, wie groß ist denn das Interesse, so ein kompliziertes Ordnungswidrigkeiten Verfahren durchzuführen und wir könnten daraus auch 160 Minuten machen, wir können daraus auch 16 Tage machen, wahrscheinlich würde nicht mal das reichen. Also, wir haben ein Vollzugsdefizit, das ist so, da kann ich überhaupt nicht schönreden und das liegt aber daran, dass tatsächlich wir da nicht gut aufgestellt sind. Aber Rettung naht, ja, oder jedenfalls, wenn wir diese Veranstaltung vor einem Jahr gemacht hätten, da hätte ich gesagt, naja, wir haben bald, wir haben demnächst, wir haben nicht demnächst, aber das ist der Teil von Frau Rottmann, ich bin sehr gespannt, was sie uns da aus dem Nähkistchen erzählen. Ja, es gibt einen Entwurf für ein Unternehmens Strafrecht, das sich dann in der deutschen Version Verbandssanktion nennt und ja, das ist, sagen wir mal, nicht von allen mit ganz viel Wohlwollen aufgenommen worden, da war dann schon die Rede vor den amerikanischen Verhältnissen und die Unternehmen müssen dann selber ermitteln und das auch noch zahlen, also nicht von allen wurde es aufgenommen. Interessanterweise habe ich auf allen Tagungen, die ich zum Unternehmensstrafrecht besucht habe und das sind inzwischen hunderte, immer wieder von den Unternehmensanwälten gehört, wir wollen das, wir wollen das, weil wir dann eine Rechtssicherheit haben, insbesondere wie wir mit Bemühungen aus dem Unternehmen heraus umgehen, sich besser zu verhalten. Wir nennen das dann so schön neudeut die Compliance Maßnahmen und ja, es gibt Empörung, aber wäre Wirecard jetzt so passiert, wenn wir vielleicht vorher ein System gehabt hätten, ich weiß es nicht und zum Abschluss, wenn es jetzt also was ganz, ganz Furchtbares ist, was unsere Wirtschaft auch nachhaltig schädigen würde, wenn wir es hätten, fragen wir uns doch mal, gibt es denn so was in anderen Ländern, jetzt abgesehen von den USA, tja und jetzt sehen Sie hier, ich habe jetzt hier nicht etwa auf der einen Seite mal alle europäischen Länder aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind, sondern das sind die europäischen Länder, die ein Unternehmensstrafrecht haben. Es wäre wahrscheinlich sehr viel kürzer gewesen, ich hätte Ihnen einfach gesagt, wer es nicht hat, wer hat es nicht, Griechenland, Lettland, Schweden, die haben so ein ähnliches Modell, wie wir das haben, nämlich ein Ordnungswidrigkeiten Modell. Ist das jetzt wirklich der Untergang des Abendlandes, wie man das immer so sagt? Ich freue mich gleich auf die Diskussion, wir werden nach den Worten von Frau Rottmann hoffentlich auch noch ein bisschen über diesen Entwurf im Einzelnen reden, wir haben in der Vorbesprechung schon gesagt, wir finden einiges gut, wir finden einiges nicht so gut, aber bevor wir das in der Diskussion vielleicht nochmal klären, würde ich mich jetzt verabschieden und das Wort zurück an Herrn Giegel geben, damit er es an Frau Rottmann geben kann. Vielen Dank, Sie hätten das wunderbar alleine hinbekommen, der, ja, spannend, vielen Dank für diesen klaren und vor allem auch verständlichen Überblick über die Maläse und ich bin gespannt, wir lesen ja im Koalitionsvertrag der großen Koalition, dass es ein unternehmens neues Sanktionsrecht geben sollte. Das haben wir nun nicht und du warst genau zugeschaut, was da eigentlich passiert ist. Manuela, bitte, unsere Sprecherin übrigens im Rechtsausschuss des Bundestages. Ja, allen einen sehr schönen guten Abend. Ich bin, das bekenne ich gleich zu Anfang, eine gute Juristin, aber eine katastrophale Strafrechtlerin, deswegen bin ich sehr begeistert, dass ich heute unterstützt werde von Frauen, die sich damit besser auskennen als ich. Ich mache Wirtschaftsrecht und dazu gehört das Unternehmenssanktionsrecht natürlich auch zu der Frage, welche Qualität hat eigentlich der Standort Deutschland. Mir hat gut gefallen an den vielen schönen Überschriften, die Frau Beckimper uns gezeigt hat, es drohen amerikanische Verhältnisse und vorher hat sie ja gezeigt, dass wirksame Sanktionen auch in den großen Skandalen, wie wir sie kennen, vor allem im Dieselskandal, vor allem in den USA verhängt wurden. Und das heißt, die Frage stellt sich, ob wir nicht eher deutsche Verhältnisse haben, längst, die ziemlich kritisch sind, auch für den Standort und für seine Wettbewerbsfähigkeit. Und ich will es mal in den größeren Zusammenhang einkleiden. Also man kann fragen, warum wollen wir eigentlich stärkere Sanktionen. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Das eine ist zum Gerechtigkeitsinteresse, also vorhin hat es jemand formuliert, ich glaube, der Sven war es, naja, so ein kleiner Ladenbieb, der ist relativ schnell, landet der vor dem Richter oder der Richterin, während das in Unternehmensvorständen eher ausnahmsweise der Fall ist. Also sozusagen, man will, dass sich Menschen nicht von Strafe groß, vor Strafe systematisch geschützt werden. Das Zweite ist, wir wollen natürlich auch abschrecken, Unternehmen abschrecken, dass sie systematisch ihre Organisation so schludrig aufstellen oder vielleicht auch absichtlich so aufstellen, dass sie Teil von kriminellen Machenschaften werden oder sich die zunutze machen. Wir wollen drittens die Geschädigten entschädigen. Auch das ist ein Teil des Problems und des komplexes Wirtschaftskriminalität. Ich nenne das Beispiel VW-Dieselskandal. Was ist eigentlich mit der Entschädigung derjenigen, die ein solches manipuliertes Fahrzeug gekauft haben? Dasselbe Thema bei Wirecard. Was ist eigentlich mit der Entschädigung der Anlegerinnen und Anleger, die dort ihre Altersversorgung verloren haben? Auch das ist ein in Deutschland ungelöstes kritisches Problem. Und man kann das jetzt mal so zusammenfassen, diese Koalition aus Union und SPD ging in diese Wahlperiode mit den zwei Versprechen, es soll eine Musterfeststellungsklage geben. das war das eine Versprechen, damit geschädigte Verbraucherinnen und Verbraucher sich vor Gericht durch einen Verband vertreten lassen können und so gemeinsam ihre Schadenersatzansprüche durchsetzen können. Das haben alle mitbekommen, da gibt es im Wesentlichen ein einziges Verfahren bisher, was der VZBV durchgeführt hat, was auch viele Menschen entschädigt hat, die sonst gar nichts gesehen hätten, aber im Vergleich zur Durchsetzungskraft und auch zur Abschreckungskraft von Sammelklagen, wie wir sie in den Vereinigten Staaten kennen, wie wir sie mittlerweile in Frankreich kennen, wie wir sie in Österreich kennen, ist es ein sehr, sehr schwaches Instrument. Es gibt jetzt eine europäische Richtlinie, die EU- Sammelklagerichtlinie, die müssen wir umsetzen, die wird auf jeden Fall eine schärfere Regelung auch in Deutschland voraussetzen. Ich würde noch darüber hinausgehen, wir Grünen würden darüber hinausgehen und sagen, auch echte Gruppenklagen ohne Verbände sollten ermöglicht werden, aber auch bei diesen Sammelklagen kommt immer das Argument, da kommt die Klageindustrie und amerikanische Verhältnisse, das wollen wir nicht. Also dieselben Konzerne, die die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten gemacht haben, dass es sehr teuer werden kann, wenn man Verbraucherinnen und Verbrauchern systematisch in das Licht führt, wollen diesens Zustand in Deutschland unbedingt verhindern. Dann haben wir das zweite Thema, wie komme ich denn überhaupt an Informationen? Und da, auch wenn man sich die großen Wirtschaftsskandale dieser Wahlperiode anschaut, wiederholt sich eigentlich auch immer wieder ein Muster, das ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unternehmensinternen Hinweisgebern um, Whistleblowern. Auch da, da gab es keine Regelung im Koalitionsvertrag, also Whistleblower-Schutz war nicht als Ziel dieser Koalition vereinbart, ist extrem umstritten, nicht nur bei der Union, sondern auch aus der FDP, von der AfD rede ich jetzt gar nicht erst, hört man zu dem Thema tatsächlich, wir wollen keine Denunzianten schützen, wir wollen sozusagen, dass das keine unlauteren Motive schützen, aber der effektive Hinweisgeberschutz ist natürlich essentiell dafür, dass ich überhaupt an die Information komme, um Unternehmen zu sanktionieren und auch da ist der, wir haben jetzt eine Hinweisgeberschutz Richtlinie aus Brüssel, die ist finde ich sehr, sehr gut geworden, da hat das Parlament wirklich sehr, sehr gut verhandelt, dazu gibt es einen Entwurf von Christine Lambrecht aus dem Justizministerium die umzusetzen, die Umsetzungsfrist läuft Ende im Oktober 2021 aus, also kurz nach der Bundestagswahl, das hätte man jetzt noch machen können, dieses Thema ist abgesetzt, die Union verhindert es und dann haben wir als letzten Punkt, dazu komme ich jetzt das Unternehmenssanktionsrecht, das heißt jetzt Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft ist auch nötig in Deutschland, würde ich mal so sagen, auch da gibt es einen Entwurf, der ist durchs Kabinett durch, es gibt eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag, dass es ein solches Unternehmenssanktionsrecht geben soll, der wesentliche Punkt, da kann ich anknüpfen an das, was Frau Beckhämmer geschrieben hat, ist erstens die Höhe der Bußen wird deutlich erhöht, also die können umsatzorientiert sein, das ist eine Neuerung, also nicht mehr gedeckelt auf 10 Millionen, sondern Umsatz, können sich am Umsatz orientieren und ein zweiter wesentlicher Punkt, es wird das Legalitätsprinzip eingeführt, das heißt, die Staatsanwaltschaften müssen solche Verstöße aus Unternehmen heraus verfolgen, das Unternehmen wird bestraft am Ende für sein Organisationsverschulden, also dass es seine Organisation nicht so aufgestellt hat, um solche Straftaten aus Unternehmen heraus zu verhindern, es sollen Anreize gesetzt werden, auch darum geht es ja interne Untersuchungen vorzunehmen, es ist rechtlich alles nicht so ganz trivial zu regeln, also auch die Frage, wie ist das Verhältnis interner Untersuchungen eigentlich dann zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, aber es wäre das, also die Einführung des Legalitätsprinzips wäre ein großer Schritt nach vorne, dieser Entwurf aus dem Kabinett hat schon durch unionsregierte Bundesländer ziemlichen Widerstand erfahren, auch durch die Wirtschaft, die Diskussion ist auf ähnlich wie bei den Sammelklagen oder Gruppenklagen auf einem relativ schlichten Niveau, also es sind immer wieder die amerikanischen Verhältnisse, die ganz ganz schlimm sein sollen, wo ich manchmal denke, ich finde es eigentlich ziemlich gut, wie die Vereinigten Staaten das machen und der VW-Dieselskandal wäre in Deutschland wahrscheinlich überhaupt nie aufgedeckt worden ohne die US-Behörden und die Argumente sind so, da werden Unternehmen unter Generalverdacht gestellt und relativ emotionaler Quatsch. Ich kann bestätigen, dass Compliance Officers oder Unternehmensjuristen auf so ein Gesetz warten, ich finde, man kann an dem Gesetz vieles noch besser machen, ein bisschen wundert es mich, dass es so durchs Kabinett gekommen ist, aber langer Rede, kurzer Sinn, auch dieses Gesetz wird nicht kommen, obwohl es im Koalitionsvertrag steht, also wir kriegen keine stärkere Sammelklage in dieser Wahlperiode, wir kriegen keinen Hinweisgeberschutz, wir kriegen kein Unternehmenssanktionsrecht, was wahrscheinlich als letztes kommen wird und was man wohl ins Schaufenster stellt, ist das Lieferkettengesetz, ich will jetzt nicht im Detail ausführen, worum ich sage, aber es geht eigentlich darum, die Unternehmen in eine stärkere Verantwortung für ihre Lieferbeziehungen im Ausland und für die Arbeitsbedingungen und Einhaltung von Umweltstandards dort stärker in die Pflicht zu nehmen, dass der deutsche Entwurf heißt halt Lieferkettengesetz, aber es ist letztlich was, was man ins Schaufenster stellen will, wie die Musterfeststellungsklage, um zu sagen, wir haben das abgehakt, auch da gibt es eine europäische Entwicklung, die sicher treiben wird, das, was in Deutschland passiert, ich ziehe einen Strich darunter, die Situation ist so, dass wir in Deutschland sehr stark hinterherhinken, Fehlverhalten in und aus Unternehmen wirksam zu sanktionieren, sowohl was die Entschädigung angeht, als auch was die strafrechtliche Verfolgung angeht oder die strafrechtsähnliche Verfolgung. Es gibt dagegen enorme Widerstände aktuell, vor allem aus der Unionsfraktion, das sind die Rechtspolitiker eher der verlängerte Amt der Mittelstandsunion. Es führt aber dazu, dass Deutschland als Standort, in den ich auch investiere, als Kapitalanleger, wo ich sage, da ist ein Rechtsrahmen gegeben, dem kann man vertrauen, tatsächlich unter die Räder gerät und Wirecard war, denke ich, der letzte dramatische Fall, der den Ruf des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Hinblick darauf, wird hier Recht und Gesetz bei wirtschaftlicher Betätigung ordentlich geschützt, sehr stark beschädigt hat. Und so werden all diese Themen in der nächsten Wahlperiode wiederkommen, Lieferketten gesetzt sicher nochmal auch verändert durch europäische Impulse und wir stehen letztlich vor der Entscheidung, hat Deutschland den Mut, da von einem der rückständigsten Länder in Europa sich auf den Weg zu machen, aufzuschließen, zu denen, die dort schon viel mehr Erfahrung haben und auch viel stärker regulieren. Das wäre mein Beitrag. Vielen Dank, liebe Manuela. Ich finde ja Juristinnen und Juristen überhaupt nicht langweilig, sondern eher scharfzüngig und das bestätigt sich auch immer wieder und wer deine Reden im Bundestag gehört hat, weiß, dass man sich mit Manuela immer vorher überlegt, ob man sich mit ihr anlegt. Ich finde, das ist auch heute wieder sehr deutlich geworden, wie klar das alles ist. So, und bevor ich jetzt noch mehr komische Sachen sage, erst mal noch kurz die Aufforderung für die Fragerunde, schreibt eure Fragen und Anmerkungen in F&A und bewertet gerne die klugen Sachen, die da schon stehen, mit einem Daumen hoch und jetzt bin ich gespannt, nämlich zum einen, liebe Lena und Gumnio, wie siehst du das alles? Was bringst du, womit trittst du an Richtung Bundestag, was diese Fragen angeht? Du kannst jetzt dort ja vielleicht hoffentlich bald mit Politik schreiben, Manuela hat ja gesagt, die große Koalition hat alles nicht gemacht und deshalb ist ja noch jede Menge zu tun. Wie bewertest du diese Lage? Bitteschön. Ja, danke. Ich nehme das mal als Arbeitsaufforderung mit und habe natürlich ein paar Ideen dabei, was man machen kann. Manuela hat ja auch schon gesagt, wir haben dadurch, dass Deutschland sehr lange nichts getan hat, die komfortable Situation, wir können über die Landesgrenzen gucken und schauen, was haben eigentlich andere Länder gemacht und können aus diesen Erfahrungen auch etwas mitnehmen. Und ich bleibe mal erst noch beim Verband Sanktionen Gesetz und habe mir da einmal den besonderen Bereich der Sanktionen angeschaut. Der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form sieht ja tatsächlich nur, aber immerhin eine Geldstrafe vor. Wir sind da aber überhaupt nicht beschränkt. Also es gibt erstmal keinen Grund, juristisch gesehen, das auf eine Geldstrafe zu beschränken, sondern es gibt auch Möglichkeiten, andere Sanktionen zu verhängen. Eine Freiheitsstrafe bietet sich für ein Unternehmen natürlich nicht an. Aber was wir aus dem EU-Ausland sehen, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Tätigkeiten der Verbände zu beschränken, dass sie in bestimmten Bereichen für eine Zeit lang nicht mehr tätig werden dürfen. Oder auch die Möglichkeit einer zwangsweisen Verbandsauflösung, wie es sie zum Beispiel in den USA gibt, aber auch in Belgien. Aber wir können zum Beispiel auch von staatlicher Seite sagen, wir nehmen Unternehmen von Subventions- und Auftragsvergaben aus für einen bestimmten Zeitraum. Und wenn wir uns anschauen, Frau Beckhämpfer hatte ja auch die Zeitungsausschnitte mitgenommen und ich habe so ein bisschen in FN und A zwischendurch geschaut, da war schon so ein bisschen die Frage, das scheint Ihnen überhaupt nicht weh zu tun. Welche Strafe ist eigentlich so empfindlich, dass sie vielleicht einen Effekt hätte? Und ich glaube, da können wir durchaus kreativ sein. Rechtsverstöße bekommen ist. Und die Frage ist natürlich auch, wie kommunizieren wir solche Rechtsverstöße nach außen? Da kann natürlich ein Register geführt werden. Das Verbandssanktionsgesetz sieht auch so ein Verurteilungsregister vor. Da könnten wir jetzt als Privatperson nicht hingehen und sagen, ich würde gerne mal wissen, was dazu dieser und jener Firma drinsteht. Sehr klar, wir können uns ja auch nicht gegenseitig unsere polizeilichen Führungszeugnisse ausdrucken lassen. Aber es sieht auch eine vor außerhalb des Verurteilungsregisters, aber nur dann, wenn wir eine große Vielzahl von Opfern haben. Dann ist die erste Frage, wann ist eine große Vielzahl von Opfern erreicht? Und außerdem ist das Ganze eine sogenannte Kannregelung. Das heißt, das Gericht kann das anordnen, das muss es aber nicht anordnen und im Zweifel kann es eben auch darauf verzichten. Ich glaube aber, um sozusagen eine gesellschaftliche Missbilligung auch von Wirtschaftskriminalität nach außen zu tragen, kann es sinnvoll sein, das Ganze auch zugänglicher zu machen und auch klar zu machen, in welchen Bereichen zum Beispiel Rechtsverstöße begangen werden. Das Ganze kann ja auch, wenn Urteile veröffentlicht werden, anonymisiert erfolgen, aber damit es eben auch ein Gefühl in der Gesellschaft dafür gibt, was da eigentlich passiert. Wenn wir jetzt nochmal weggehen von dieser Verantwortung von Unternehmen hin zu was können wir vielleicht noch machen, um die hinter Männer, hinter Frauen, hinter Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, dann hat Frau Beckämper ja schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, wenn sie natürlich einen Rechtsverstoß begehen, wie Betrug oder Untreue, die Problematik ist bekannt, es ist ganz schwierig, das nachzuweisen im Einzelfall, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, eine Aufsichtspflichtverletzung des Unternehmens für einzelne Mitglieder aus Vorständen zu bestrafen und Frau Beckämper hat ja auch schon gesagt, das Ganze ist im Ordnungswidrigkeiten Gesetz geregelt, also wir sind im Bußgeldverfahren und diese Verletzung der Aufsichtspflicht, da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, warum ist das eigentlich noch im Ordnungswidrigkeiten Gesetz geregelt, warum ist es nicht eigentlich im Strafgesetzbuch geregelt und es gibt mehrere Schwierigkeiten damit, dass diese Aufsichtspflichtverletzung noch im Ordnungswidrigkeiten Gesetz geregelt ist, eine Sache haben wir schon angesprochen, es hängt von der Behörde ab, ob es verfolgt wird oder nicht, das heißt, wir haben in Deutschland eine total uneinheitliche Rechtsanwendung, außerdem, das können wir glaube ich auch als, selbst wenn wir jetzt, wir sind hier Juristinnen, aber auch für alle Menschen, die sich nicht viel mit Jura beschäftigen, es ist schon was anderes, ob ich vom Bußgeld spreche oder von einer Strafe, also Strafe hat eben auch immer ein, ja wir würden jetzt sagen, in der Strafrechtstheorie einen expressiven Charakter, wir bringen damit was zum Ausdruck, wir zeigen eine Missbilligung für etwas, was passiert, die ist natürlich bei so einem Bußgeld relativ gering und scheint sich zumindest zu verstärken, wenn wir im Bereich des Strafrechts sind, ob das natürlich Menschen davon abhält, Strafen zu begehen, steht auf einem anderen Blatt, aber es entfaltet zumindest an eine Signalwirkung und ein großes Problem, was es sicherlich auch gibt mit der Aufsichtspflichtverletzung, die tritt dann nicht ein, wenn die Vorstände angemessene Maßnahmen unternommen haben, um diese Pflichtverletzung zu vermeiden und die Frage ist natürlich, was ist eine angemessene Maßnahme, wir haben da ganz viele spezialgesetzliche Regelungen und auch eine Rechtsprechung, trotzdem für uns, wenn wir ins Gesetz gucken, ist das erstmal nicht klar, das hat zum Beispiel Großbritannien gemacht, Großbritannien hat 2011 da sechs Maßnahmen hingeschrieben im UK Bribery Act, also der sich ganz besonders mit Korruption befasst und hat gesagt, das sind sechs Sachen, wenn ihr die macht, dann könnt ihr euch auch verteidigen gegen den Vorwurf der Korruption und eine Forderung, die damit dann auch in Deutschland zusammenhängt, ist zu sagen, ja, warum regeln wir das nicht genauer, warum nimmt sich der Gesetzgeber diese Aufgabe nicht an, dann kann man wie immer sagen, das funktioniert im Strafrecht fantastisch, es ist ganz kompliziert und das muss jedes Unternehmen selbst wissen und die Lage ist so diffizil, wir können da keine Regelung treffen, damit verlagert er aber eigentlich am Ende die Verantwortung auf die Gerichte, was mit Sicherheit nicht zu einer einheitlichen Rechtsprechung führt, ich glaube, wir können da schon uns nochmal ein Vorbild an den anderen EU-Staaten nehmen und hier vielleicht mal nach England schauen und zum Abschluss können wir auch sogar noch einmal nach Österreich schauen, um nochmal eine Sache aufzunehmen, die Frau Beckwemper auch aufgemacht hat, ja, Unternehmen, die können ja gar nicht schuldhaft handeln, Unternehmensstrafrecht, das geht nicht und was geht dann aus unserem guten Individualstrafrecht, vielleicht bricht das Kartenhaus dann zusammen, in der, bevor es das Verband Sanktionsgesetz den Entwurf gab, den es jetzt gibt, gab es natürlich ganz viele andere Entwurfe, zum Beispiel aus Köln und die sind tatsächlich mal nach Österreich gefahren und haben da Interviews geführt mit den Menschen, die da in der Strafverfolgung arbeiten und da war der Tenor, das funktioniert ganz fantastisch, das Individualstrafrecht leidet nicht darunter, dass wir ein Unternehmensstrafrecht haben, ich glaube, das sollte uns positiv stimmen dafür, dass das eben auch in Deutschland möglich ist und ich würde mich auch freuen, wenn wir da mit einem offenen oder mit einem frischen Geist rangehen und schauen, was ist eigentlich möglich und uns auch da inspirieren lassen durch die Rechtsordnung und die Regelung in den anderen EU-Staaten. Ja, vielen Dank. Das waren nochmal eine ganze Reihe weiterer Vorschläge, inspiriert auch aus anderen Ländern und das war auf jeden Fall spannend. Das Einzige zu sagen ist, dass sehr zu meinem Leidwesen die Engländer nicht mehr EU-Mitglied sind. Gerade in diesen Fragen waren die häufig klarer und straighter als was wir in Deutschland so gewohnt sind. Das habe ich auch in der Gesetzgebung so erlebt. Aber ich will jetzt gar nicht lange hier herumlabern, sondern erstmal das Publikum hier zu Wort kommen lassen und das ist sehr interessant, was dort eigentlich am meisten Unterstützung findet. Ich lese hier mal vor. Franz Schneider fragt und sagt, BaFin, Wirecard, Cum-Ex, warum lässt sich der Staat bei seiner Aufsichtsfunktion so an der Nase rumführen? Ist das Dummheit oder Komplizenschaft? Also hier zielt es eigentlich auf die Aufsichtsfunktion und noch gar nicht auf die Frage Verurteilung und Sanktionen. Aber das geht dann auch sehr bald weiter und zwar Reiner Moment Rennen also ähnlich solange wenige große Wirtschaftsberatungsgesellschaften Konzerne und Regierungen beraten und sogar an der Steuergesetzgebung mitwirken wird sich nichts ändern. Wer beendet das? Ebenso werden Politiker leider nicht zur Verantwortung gezogen. Siehe Wolfgang Schäuble, der jahrelang den Cum-Ex-Geschäften tatenlos zugesehen hat. Wer zieht ihn zur Rechenschaft. So und dann will ich noch einen letzten viel gelikten Kommentar vorlesen und zwar von Jörg Theis. Guten Abend, mich hat das Thema angesprochen, da ich glaube, dass die Strafverfolgung beziehungsweise Nichtverfolgung unserer Rechtsstaatlichkeit und dadurch den gesellschaftlichen Frieden gefährdet. Warum werden keine Gesetze erlassen und diese durchgesetzt wie zum Beispiel in Italien, die die Vernetzung von Business und organisiertem Verbrechen bekämpfen. Wirksame Gesetze zum Schutz von Whistleblowern werden nicht erlassen, die kriminelle Machenschaften aufdecken. Warum nicht? Wer hat Vorteile? Letzteres, da hat Manuela ein bisschen schon was zu erzählt, wie das so gekommen ist, aber ich würde gerne diesen Eindruck, wieso verhält sich der Staat so? Also die Aufsichtsfunktion, die Politik und da lassen wir am besten jemanden erstmal zu Wort kommen, die keine Politikerin ist, nämlich Frau Professor Beckkämper. Ich habe geahnt, dass der Ball jetzt sofort in meinem Spielfeld landet. In der Tat, ich habe ja hier ein bisschen das Privileg, dass ich politisch nicht involviert bin und dass wir jetzt hier mit einer bestimmten Partei diskutieren, ist eine Frage des Zufalls. Also wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen, muss ich ganz kurz sagen. Frau Rottmann, ich habe am Dienstag ganz kurz telefoniert, aber ich wurde nicht vorher nach meiner Meinung gefragt, damit ich kommen darf. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich finde das Unternehmensstrafrecht insgesamt ganz furchtbar. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir deswegen nicht sicher, weil mir scheint es so, als ob hier keine Fragen kommen, sondern eher wir das Gesamtbild schon im Kopf haben. Jedenfalls wenn diesen kleinen Eindruck, den Sie jetzt gerade erzählt haben, ist ja der Eindruck offensichtlich schon gefestigt und auf Grundlage dieser Analyse müssten wir jetzt weiter diskutieren. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob nicht sagen, ich bin mir sicher, dass sie nicht stimmt. Ich will nur sagen, ich bin mir nicht sicher, dass sie stimmt. Ich habe etwas erzählt über unser Vollzugsdefizit bei der Unternehmenssanktion und das gibt es. Das will ich überhaupt nicht weggiskutieren und das gibt es aber glaube ich nicht, weil die Staatsanwaltschaften alle kein Interesse daran haben, sondern weil dieses etwas ungewohnte Ungetüm dieser Geldbußen Sanktion einfach im staatsanwaltschaftlichen Denken nicht verankert ist. Dafür können die Staatsanwaltschaften alle nichts. Jetzt ist ja sehr deutlich sichtbar, Frau Gumnior, die höchste hier in unserem Kreis, aber ich glaube sogar sie wird mir bestätigen können, dass Ordnungswidrigkeiten in der Ausbildung der Juristen einfach nicht vorkommen. Man muss schon das Wirtschaftsstrafrecht wählen, um überhaupt von dieser Sanktion des 130 und 30 diese Sanktionen, die da in diesem Gesetz sind, zu kennen. Darum hatte ich sie am Anfang gebeten, mehrere Dinge trennen. Das eine ist, die Sanktion der individuellen Personen, die Gesetze sind da, da brauchen wir nichts verschärfen, das wäre symbolisches Strafrecht, damit ist niemandem geholfen. Das zweite ist, wollen wir eine Sanktion auch gegen ein Unternehmen, da waren wir drei Juristinnen, die wir heute hier sind, ja offensichtlich sehr einig. Wir würden es begrüßen, ein solches Strafrecht zu haben, oder wir können das auch gerne Sanktionen nennen, wie jetzt das in dem Entwurf so ein bisschen beschönigend genannt wird. Ehrlich gesagt, da bin ich leidenschaftslos, ist mir noch egal, wie wir es nennen. Und das dritte ist dann, und das habe ich in meinem Vortrag gar Stelle nicht leisten kann, weil es einfach unseriös wäre. Ich kann Ihnen nicht sagen, was bei der BRFIN im Wirecard Skandal falsch gelaufen ist. Das wäre ja auch sehr merkwürdig, wenn ich hier in meinem Arbeitszimmer sitze und quasi per Ferndiagnose sage, ich habe es ja vor zwei Jahren schon gewusst. Das wird ein Aufbereitungsprozess sein, den wir leisten müssen, da bin ich mir sehr sicher. Ich möchte von den vielen Punkten, die Sie erwähnt haben, mir einen raussuchen, weil ich tatsächlich da noch ein bisschen unentschieden bin. Und vielleicht kann ich dann den Ball auch ganz geschmeidig in das Feld von Frau Gumnior schieben. Und zwar hat Frau Gumnior gerade auf folgendes weiterführendes Problem hingewiesen. Wenn wir und ich gehe davon aus, dass wir sie in der nächsten Legislaturperiode bekommen werden, wenn wir eine Unternehmenssanktion bekommen, dann werden wir ein Unternehmen dafür bestrafen, dass es schlecht organisiert ist. Und das stellt dann die Staatsanwaltschaften, die wir dann auch neu formieren müssen, da müssen wir uns auch nichts vormachen, da brauchen wir auch neue Staatsanwaltschaften, das stellt dann die Staatsanwaltschaften vor eine Herausforderung, nämlich dass sie erst mal ermitteln müssen, ob ein Unternehmen schlecht organisiert war oder nicht. So, jetzt stellen sie sich mal ein Unternehmen wie VW oder Siemens vor und jetzt sind also Frau Gumja, Frau Rottmann und ich drei motivierte Staatsanwältchen und wir gehen da mal hin und ermitteln da mal fix. Das können wir ja gar nicht. Das kriegen wir personell nicht hin, das kriegen wir auch von den Mitteln nicht hin und wir werden dann uns überlegen müssen, was wir unter einer guten Unternehmensorganisation uns vorstellen. Das ist der Punkt, den Frau Gummior gerade angesprochen hat. Den nannte ich so Compliance, aber Sie haben es sehr viel schöner gesagt, wirksame Maßnahmen. Das wird zum Folgeproblem und das ist dieses Folgeproblem, bei dem ich noch ein bisschen unentschieden bin. In vielen Ländern, die das Unternehmensstrafrecht haben, gibt es jetzt folgende Tendenz, dass man sich im Vorfeld bescheinigen lässt, dass man gute Maßnahmen ergriffen hat. Das kann man sogar zertifizieren lassen. Ich bin jetzt Vorstandsvorsitzende von Siemens und dann lasse ich einfach mal mir zertifizieren, dass mein Unternehmen gut organisiert ist. Und jetzt raten wir kurz mal fix alle, wer denn diese Zertifikate verteilt. Ja, das sind Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Jetzt habe ich als Juristin natürlich auch gute Freundin in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich will gar nicht per se gegen diese, aber dessen muss man sich so ein bisschen bewusst sein. Mir wäre es sehr, sehr viel lieber, das ist aber natürlich was völlig anderes jetzt, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bitte nichts mehr mit Politik zu tun haben. Das wäre mir sehr, sehr, sehr lieb. Das werde ich nicht ändern können. Aber nur, dass wir das als Problem im Kopf haben, wenn wir uns irgendwann mal auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verlassen müssen, nicht weil wir wollen, sondern weil wir müssen, weil das kriegen wir wirklich nicht mehr hin von unseren Ressourcen, dann müssen wir da noch mehr Neutralität erzeugen. Vielen Dank. Manuela, ich habe hier noch eine Folgefrage, die man vielleicht noch mit beantwortet, wobei ich glaube, die gebe ich dann eher Lena. Manuela bitte und dann an Lena. Ich finde die Frage nach den Aufsichtsbehörden schon eine spannende, weil es gehört eigentlich auch dazu. Es gibt so immer Wahlmöglichkeiten. Ich kann sagen, ich setze Regeln gegenüber mächtigen Akteuren durch behördliches Verhandeln, also Kraftfahrzeug, Bundesamt, die Umweltbehörden und und. Ich kann sagen, das ist sozusagen eine Untervariante davon, das machen die Staatsanwaltschaften, also nicht, indem sie Dinge genehmigen oder überprüfen, sondern im Nachhinein stark untersuchen und dann Dinge vor Gericht bringen. Und dann kann ich natürlich sagen, es sind die Privaten, die am Ende wirtschaftliches Fehlverhalten sanktionieren, also die Anteilseigner, die Geschädigten, das nennt man so Private Enforcement. Das ist nicht die deutsche Kultur, sondern unsere Kultur ist so, da gibt es eine Behörde und die guckt da schon drauf. Und die Schwäche unserer deutschen Behörden, unserer deutschen Aufsichtsbehörden bei der Überwachung vor allem großer Akteure aus der Wirtschaft, die ist, finde ich, schon offenkundig und hat auch dazu geführt, dass diese Frage, hey, dann übergeben wir das doch lieber denen, die selber auch wirtschaftliches Interesse daran haben, dass dieses Unternehmen in Haftung genommen wird, das ist eigentlich immer stärker geworden. Also die Sammelklage ist so ein Beispiel dafür, Kapitalanleger, Musterverfahrensgesetz ist ein Beispiel dafür. Warum funktionieren die Aufsichtsbehörden nicht und muss man nicht bei denen auch was tun? Und ich glaube, dass man es muss, denn meine Wahrnehmung zum Beispiel der Aufkehrung des VW-Dieselskandals in den Vereinigten Staaten war, dass es ein Zusammenwirken von Unternehmenssanktionsrecht, Sammelklagemöglichkeiten und starken Aufsichtsbehörden vor allem der kalifornischen Umweltbehörde war, die selber wirklich ermittlerisch und ich sage mal forensisch sagt man das bei uns Juristen, also mit so einem kriminalistischen Gespür vorgeht. Diese Kultur haben unsere Behörden momentan nicht. Man muss nicht natürlich, also wir haben eh, das ist nochmal eine ganz andere Veranstaltung, was muss in der deutschen Verwaltung passieren, aber ich glaube, dass auch die Staatsanwaltschaften eigentlich darauf angewiesen sind, dass sie solche spezialisierten Behörden, die BaFin wäre ein anderes Beispiel, wo es nicht gut funktioniert hat, an ihrer Seite haben und die Staatsanwaltschaften dann am Ende das, was diese Behörden ermittelt haben, umsetzen in Sanktionen, aber sie können, es wird nicht möglich sein, solche großen ökonomischen Akteure komplett nur durch die Staatsanwaltschaften zu kontrollieren. Also wir haben ja andere Bereiche, wo es ganz gut funktioniert, ich finde zum Beispiel Kartellbehörden sind recht wirksam in Deutschland und das bräuchten wir in anderen Bereichen auch. Also die Frage ist, wie schafft man einen Anreiz und dann sozusagen, jetzt kann ich mal aus dem Nähkästchen blauen, ich war ja selber Unternehmensjuristin, also ich kenne die böse Seite der Macht von innen. Ich weiß, wie man da agiert, wenn man, wenn man nicht will, dass einem eine Behörde irgendwie auf die Füße tritt oder wenn man Sorge vor Gerichtsverfahren hat und momentan haben wir da ein starkes Machtungleichgewicht auch zum Beispiel bei der rechtlichen Vertretung. Ja, also die Kanzleien, die sich große Unternehmen leisten können, also da lachen die sich über so ein Beamter kaputt, ja, mit seinem Jahres, also da fehlt es sowohl in den Staatsanwaltschaften natürlich an personellen Ressourcen, die da auf Augenhöhe mitschwimmen können, als auch in den Aufsichtsbehörden, als auch bei der BaFin. Also das sozusagen auf Augenhöhe zu bringen, ist eine Ressourcenentscheidung, auch eine Schwerpunktentscheidung und ich, also das Beispiel Österreich wurde ja schon genannt. Österreich hat zum Beispiel einen wesentlichen Unterschied zu Deutschland. Die Gerichte sind Bundesgerichte. Das heißt, die österreichische Justizministerin, auch eine Grüne, kann sozusagen nicht nur sagen, ich beschließe jetzt mein Gesetz und will die Unternehmen da enger kontrollieren, sondern sie kann auch sagen, und ich starte meine Staatsanwaltschaften auch so aus oder ich bewerte solche Verfolgungen auch in dem Zeitschema so und so, dass es wirklich funktioniert. Also da ist, also wenn man nicht nur Papier beschreiben will, sondern will, dass es in der Wirklichkeit sich was ändert, muss man an die Aufsichtsbehörden ran und muss auch in den Dialog mit Bundesländern über die Verfolgung. Und deswegen ist es Legalitätsprinzip auch so wichtig, denn das ist natürlich am Ende kann das ja sogar ein Wettbewerbsvorteil sein. Also man stelle sich vor, in Deutschland ist bekannt, dass in dem einen Bundesland die Staatsanwaltschaft aber nicht so genau hinguckt. Das ist, wenn wir Unternehmen sanktionieren, nicht mehr so ganz fair. Das kann es eigentlich nicht sein. Da kriegen wir sozusagen dann Bestrafungsoasen, die wir auch nicht wollen. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel und jetzt sozusagen die politische Frage, ist die Politik zu eng verbandelt mit den Großen? Also gibt es eine politische Scheu, da stärker durchzugreifen in Deutschland? Ja. Kann ich nach vier Jahren Bundestag nicht anders beantworten als ja. Betrifft die Union und die SPD, weil die SPD über die Variante, wir sind in allen Betriebsräten, in der Mitbestimmung, der sozusagen, was man früher Deutschland AG genannt hat, da spielt auch die SPD eine große Rolle und das ist ein Teil unseres Problems, dass wir in Deutschland uns gewöhnt haben an eine Kultur, wo bestimmte wirtschaftliche Akteure nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil ihre Produkte so toll sind, sondern auch, weil ihre Beziehungen in die Politik so gut sind. Das weiß aber der Sven aus der europäischen Lobby-Erfahrung wahrscheinlich noch viel besser als ich, aber es ist definitiv ein Problem, es ist ein Machtproblem. Ja, Lena, direkt an dich, ich würde gerne noch eine Frage mit hinzunehmen, die hier dazu kam und die ich interessant fand. Wenn wir uns so einig sind, dass es offensichtlich große Vollzugsprobleme bei den Aufsichtsbehörden gibt, und offensichtlich auch eine große Scheu bei der Politik, dann stellt sich gerade bezüglich der Aufsichtsbehörden natürlich, und die Frage wird hier auch gestellt, die Frage, wo ist denn da die Haftbarkeit? Fehlt hier nicht eine Staatshaftbarkeit und fehlt hier nicht auch ein Sanktionsrecht gegenüber Verantwortlichen in den Aufsichtsbehörden, die, wie hatten wir das gesagt, Aufsichtspflicht Verletzungen begehen? Was sagt denn da das Strafrecht dazu? Okay, ich fange trotzdem mal vorne an. Ich würde noch ergänzen zu den vielen wichtigen Punkten, die wir gerade schon gesagt haben, dass wir glaube ich uns auch bewusst machen müssen, unser Ziel sollte ja sein, dass es gar nicht zur Wirtschaftskriminalität kommt, also dass wir aus irgendeinem Grund das schaffen, entweder die Unternehmen so in den Griff zu bekommen oder es so unattraktiv zu machen, dass nichts passiert. Die Stärkung des präventiven Bereichs sollte ja quasi unser Ziel sein und das kann durch Compliance, also unter, durch Unternehmensorganisation gelingen unter der Prämisse, dass die Unternehmensorganisation sich nicht die gesetzlichen Lücken aussucht und versucht sich durch alles durchzuschlängeln, sondern dass es tatsächlich darum geht, Strukturen in Unternehmen zu schaffen, zum Beispiel durch Hinweisgeberschutz oder durch Aufsichtspflichten, dass wir zumindest der Lage ein wenig Herr werden. Denn was wir auch auf jeden Fall aus der Kriminologie am Ende wissen, ist, warum werden Menschen kriminell und für Unternehmen gilt es glaube ich noch mehr oder für Menschen, die Unternehmen arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, meine Tat wird nicht entdeckt, weil das Entdeckungsrisiko so gering ist, dann ist es auf jeden Fall ein Anreiz dafür, die Tat zu begehen. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir eben auch politisch fordern, dass Staatsanwaltschaften personell besser ausgestandet werden, weil am Ende bedeutet es eben auch ein höheres Entdeckungs- und Verfolgungsrisiko und das macht es vielleicht am Ende auch für Unternehmen weniger attraktiv, sich gesetzeswidrig zu verhalten. Und zur Verknüpfung von Unternehmen und Politik ist das erste Wort, was mir in den Kopf gekommen ist, dass es glaube ich extrem intransparent ist, also für Menschen, die gerade auch von außen und auch Menschen, die in der Politik sind, würden wahrscheinlich immer sagen, ja es ist intransparent, weil wir wissen gar nicht, was tatsächlich wirklich passiert, weil eben die Politik, je nachdem wer regiert, der auch dafür sorgen kann, dass es intransparent bleibt. Ich weiß am Ende nicht, wer hat beim Verbandsaktionsgesetz mitgeschrieben, ja ich kann mir anschauen, wer Stellungnahmen abgegeben hat, aber wer, ja, also genau, bedingt, aber ich kenne es ja nicht jeden Mensch mit einem Lobbyausweis, der sich vielleicht auch mal kurz getroffen hat mit irgendwem. Und ich glaube, diese intransparent führt auf jeden Fall dazu, dass zumindest das Gefühl entsteht, ich weiß ja gar nicht, wer am Ende da mit drin hängt. Und das begründet natürlich auch ein gewisses Misstrauen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie ist es wenn Menschen aus Aufsichtsbehörden involviert sind und wie können wir die verantwortlich machen? Gut, wir haben natürlich einmal die Möglichkeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der sich Vorgängen annehmen kann, aber ehrlich gesagt würde ich da sehr gerne an Frau Beckhamper weitergeben, weil ich habe das Gefühl, sie haben da vielleicht den besseren Überblick darüber, wie wir dazu in der Haftung kommen, also auch Menschen, die sich eine Aufsichtspflichtverletzung schuldig machen können, dafür sanktioniert werden. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das in der Realität, ob das gemacht wird. Moment, ich habe zwar diese Frage jetzt hier reingeworfen, aber ich muss auch ein bisschen noch hier Anwalt spielen und wir werden, haben ja nicht mehr ewig Zeit und hier sind noch eine ganze Reihe wirklich spannender Punkte, die ich noch zumindest mal, auch wenn sie nicht alle beantwortet werden können, hier noch mit hineinwerfen und einiges werde ich auch am Schluss noch sagen. Bevor ich Frau Beckkämper noch mal das Wort gebe, noch mal eine Rückfrage, die hier auch entstanden ist, ist das Verständnis richtig, dass auch bei den schwersten Unternehmenssanktionsbereichen die Maximalstrafe derzeit im kollektiven Bereich bei 10 Millionen Euro für das Unternehmen liegt. So habe ich das verstanden, das wurde hier noch mal zurückgefragt und das ist natürlich angesichts des potenziellen Nutzens aus einer ökonomischen Theorie wirtschaftlichen Handelns heraus völlig klar und das wird hier auch angesprochen, wenn ich mir davon ausgehe, dass ich Gewinne in ganz anderer Höhe machen kann, dann ist das doch für das Unternehmen eine klare Kiste, dass man schon sehr anständige Leute in den Unternehmen braucht, so etwas nicht zu machen und ja, also das nur noch mal, um das zuzuspitzen, diese 10 Millionen, jetzt wäre dann noch mal die Rückfrage an Manuela beziehungsweise Lena an den Entwurf des geplanten Unternehmenssanktionsrechts, da war jetzt ein Kann an der Umsatzhöhe orientiert werden, ja, aber was ist denn dann ein verbindliches Strafmaß bei großen, schweren Schäden in dem Bereich, also muss das nicht wirklich verbindlicher sein, wie hoch Sanktionen dann auch sind, damit eben klarer ist, dass es sich für die Unternehmen einen echten Abschreckungscharakter gibt, also was war da die grüne Position und was oder was ist eure Position, dann war die Frage, gibt es nicht ein Problem mit den Verjährungsfristen, braucht man nicht längere Verjährungsfristen, damit man besser aufklären kann, dass, und dann war hier noch ein sehr interessanter Kommentar, den lese ich jetzt vor, weil der so aus der, aus der eigenen Leben kam und zwar von Alfred Jannes, nach über 30-jähriger Tätigkeit in einer entsprechenden Schwerpunktstaatsanwaltschaft, habe ich leider den Eindruck, dass im Hinblick auf immer komplexer werdende Großverfahren frühzeitig auf die Möglichkeiten von Paragraf 30 Ordnungswidrigkeitsgesetz konzentriert und die Ermittlungen gegen die verantwortlichen Personen eher sanfter angeht, was sich manchmal bereits bei entsprechenden frühzeitigen Durchsuchungsmaßnahmen zeigt, die manchmal meines Erachtens zu spät kommen. Hat man sich auf eine entsprechende Verständigung geeinigt, werden die Personen meines Erachtens milde behandelt. Selbst bei hohen Schäden endet das Verfahren oft mit der Freiheitsstrafe von drei Jahren zur Bewährung. Eine Abschreckung findet praktisch nicht statt. Dies ist meines Erachtens ein fatales Signal für noch unerkannte Täter in diesem Bereich. Und dann würde ich, so das hatten wir, genau und dann noch eine Frage, die sich Manuela noch auf den Zettel nehmen könnte, auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus. Wie kommt das eigentlich, dass trotz der Reputationsschäden die Unternehmen doch sich weiter großer Beliebtheit erfreuen? Also nehmen wir mal Volkswagen, Diesel-Skandal, betrügen die ganzen Kunden mit diesen Abschaltvorrichtungen. Die sind ja nach europäischem Recht eindeutig illegal. Und Volkswagen geht super. Es gab ja auch die Nachrichten, dass direkt nach den Verfolgungen in den USA die Verkäufe in Deutschland eher hochgegangen sind. Wie ist das denn zu erklären? Also ist Verfolgung in den Vereinigten Staaten gut fürs deutsche Image? Also könnte man ja denken, nicht? Also wie erklärst du dir das, Manuela? Also ich habe mich das damals auch gefragt, wie das eigentlich sein kann. Bei den Banken hatte man nicht den Eindruck. Also der Deutschen Bank hat das schon geschadet, auch die vielen Strafverfahren. Aber bei Volkswagen, da ist irgendwie, da hat man den Eindruck, da ist nicht so viel hängen geblieben. Und ja, ich will hier mal einen Punkt machen und gebe jetzt direkt weiter. Und bitteschön, zurück an Sie. Diesmal Manuela vielleicht zuerst. Ja, genau, das ist langweilig. Also ich versuche es mal, so gut ich es kann, zu beantworten. Die letzte Frage kann ich nicht beantworten. Ich stelle sie mir selber. Es ist mir unbegreiflich. Es gibt ja auch noch, ich finde auch noch vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun andere Gründe als den Dieselskandal, um VW kritisch zu sehen. Also ich sage mal, die Älteren unter uns erinnern sich dann noch an gekaufte Betriebsräte und irgendwelche Ausflüge, irgendwie Sextourismus mit Betriebsrat und so weiter. Also das kann ich nicht beantworten. Das ist mir ein Rätsel, warum der Image-Schaden, vor dem solche Unternehmen eigentlich schon große Angst haben, das fühlen Sie auch an, gegen zum Beispiel die Veröffentlichung von Verurteilungen, dass der Reputationsschaden so hoch sei, warum das an VW vorbeigeht. Mir ist es ein Rätsel. Da kann ich, also da müsste ich vielleicht Wirtschaftspsychiatrie oder so bestudieren. Habe ich nicht gemacht. Dann zu der Frage 10 Millionen. Ja, das ist in der Tat. Davon ging auch unsere, also wir selber als Grüne fordern ja schon mehrere Legislaturperioden an Unternehmen, Sanktionsrecht. Und ausgehend war eigentlich erst mal die Debatte, die erste Frage war oder das Wichtigste war, den Sanktionsrahmen wirksam zu erhöhen. Jetzt kam, dann war ja die Frage, ja müsste man da nicht so eine Mindeststrafe in Abhängigkeit vom Schaden oder sowas festlegen? Also man muss sagen, im Strafrecht ist es so und das, auch wenn man das anlehnt an Strafrecht, und das ist ja so gewollt, dann ist natürlich die Festsetzung der Strafhöhe immer eine höchst individuelle Entscheidung. Der Entwurf, über den jetzt diskutiert wird, enthält auch etliche Parameter, die einen Einfluss auf die Strafhöhe haben. Also hat das Unternehmen an der Aufklärung selber mitgewirkt oder nicht? Ist zum Beispiel ein Argument, womit es sich, was ja vernünftig ist, weil wir wollen ja, dass die Unternehmen kooperieren, ist etwas, was zu einer Verringerung der Strafe beitragen kann. Es gibt das andere Argument, ist der Umsatz denn überhaupt ein faires Kriterium? Weil ich kann einen hohen Umsatz haben, der Gewinn kann gering sein, müsste das nicht anders sein. Also ich, wir haben diesen Weg Richtung, also Sanktionierung an der Umsatzhöhe, das ist ein europäischer Impuls, das haben wir in der Datenschutz-Bundverordnung und so weiter und ich halte ihn nicht für ganz verkehrt, aber wenn wir sagen, wir gehen in Richtung Strafrecht, wo wir auch das Gesamtverhalten des Unternehmens bewerten und auch der richterlichen Entscheidung unterbreiten, dann steht das in einem Konflikt, so eine Art Bußgeldkatalog zu machen, wie ihr es aus der Straßenverkehrsverordnung kennt wohl. Genau, ihr wisst einmal über die rote Ampel Gefahren kostet mich so und so viel, das geht dann nicht. Also ich, und ich würde es mal so sagen, wir sind so weit hinten dran, dass wir auch, also auch da muss man sich ja ehrlich, muss man ehrlich sein, wir müssen damit auch erst mal Erfahrungen sammeln. Ich sage auch, meine persönliche Meinung zu dem Unternehmens-Sanktionsrecht ist, da gehe ich so ein bisschen, ich glaube, Herr Jensen oder so, ich habe meinen Namen nicht ganz gemerkt, in die Richtung der Herr, der in der Schwerpunkt Staatsanwaltschaft war, meine persönliche Meinung ist, ich würde ganz gerne mit dem Unternehmens-Sanktionsrecht und dem Legalitätsprinzip anfangen und Erfahrungen sammeln gerne damit, weil was ich auf der anderen Seite nicht möchte, ist, dass wir sagen, so und jetzt haben wir wahnsinnig, also sozusagen erweitern wir die Sanktionierbarkeit auf alle Unternehmen und am Ende ist es so, dass die Staatsanwaltschaften sich auf die kleine Metzgerei konzentrieren, weil das Verfahren kriegen sie schnell abgeschlossen und bei den Großen tatsächlich wegen absoluter Überlastung und wegen der Komplexität der Fälle dann immer sagen, gut, da einigen wir uns. Dann hätten wir alle nichts gekonnt. Das heißt, mir ist es lieber, einen schmalen Anwendungsbereich des Unternehmens-Sanktionsrecht damit anzufangen und zu sagen, wir probieren das aus und versuchen damit wirklich die großen Fische unter Druck zu setzen, anstatt zu sagen, wir verleppern das und vertändeln auch die Verfolgungsressourcen in den Ländern. Auch da geht es um Klugheit und auch die Frage, sind denn die Sanktionen zu niedrig, wird es eine abschreckende Wirkung haben? Wir müssen es erst ausprobieren. Wir müssen schauen, wie gehen die Gerichte damit um? Was trauen die sich? Wie beurteilen die sich zum Beispiel Verhütungsmaßnahmen? Also das ist alles nur so ein bisschen ins Blaue geredet und da würde ich sagen, lass uns mal loslegen und Erfahrungen damit sammeln und die dann auch auswerten und nachsteuern danach. Ich glaube, das wird nicht anders gehen. Das ist aber auch nicht schlimm. Lena? Und dann abschließend zurück an unsere professorale Rechtsberatung. Ja, vielleicht noch mal zur Strafhöhe. Wir hatten heute schon mal den Begriff der Sentencing Guidelines. So wird Strafe. In den USA gibt es relativ, was heißt bindende Vorgaben, es gibt Vorgaben, wonach eine Strafe benessen wird und deswegen kann eben auch überhaupt nur eine Aussage darüber getroffen werden, wie die Strafhöhe vielleicht am Ende aussehen kann. Ich glaube, da unterscheidet sich so ein bisschen unsere deutsche Rechtskultur. Ich bin mir unsicher, ob es besser ist, weil wir sagen natürlich, die Strafe bestimmt sich nach der Schuld des Täters. Die Schuld des Unternehmens haben wir nicht. Deswegen gibt das Verbandssanktionsgesetz ja zumindest auch ein paar Parameter vor, an denen sich die Strafe orientieren kann. Aber das begründet natürlich auch den enorm weiten Strafrahmen. Und ich habe heute schon mal über expressive Straftheorie gesprochen, wenn es jetzt darum geht, zu zeigen, wie ist die gesellschaftliche Einstellung dazu. Dann könnte man ja schon sagen, dass erhöhte, gedrohte Strafen natürlich auch ein Signal bieten. Ob das am Ende dazu führt, dass weniger Wirtschaftskriminalität begangen wird, steht auf einem anderen Blatt. Dann kam noch die Frage der Verjährung auf. Die Verjährung auch im Verbandssanktionsgesetz richtet sich nach der Tat, also nach der Tat, auf die sich die Verbandssanktion bezieht. Dafür bin ich mit Sicherheit nicht Expertin, ich arbeite nicht in der Staatsanwaltschaft. Ich bin mir aber unsicher, ob tatsächlich die Verjährung gerade das große Problem ist, sondern ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es oft an, also wir haben ja schon gesagt, es gibt ein Personaldefizit, aber dass es eben auch an Know-how und Spezialisierung fehlt. In Vorbereitung auf diese Veranstaltung ist mir nämlich eine Sache aufgefallen. Ich mache sonst sehr viel Gewaltschutz von Frauen und wir sagen immer, wir müssen die RichterInnen, wir müssen die Staatsanwältin fortbilden, damit sie sensibilisiert werden für diesen Bereich. Und ehrlich gesagt, die gleiche Forderung können wir hier auch aufmachen. Die Menschen brauchen Know-how. Das ist nichts, was man in der Uni lernt. Wir kommen da als JuristInnen raus. Wir haben keinen volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und da muss sich mit Sicherheit einiges ändern, um Wirtschaftskriminalität zu verfolgen. Frau Professorin. Ich habe mir jetzt ganz viele Punkte aufgeschrieben. Ganz kurz kann ich was sagen zur Verjährung. In der Tat, das hat Frau Gummi auch gesagt, das ist nicht unser Problem, weil Verjährungsfristen ja unterbrochen werden. Sobald wir anfangen zu ermitteln, sind wir ja draußen. Und da haben wir dann auch Zeit. Solange immer was passiert, ist das nicht unser Problem. Ich möchte ein ganz kurzes Vorurteil noch mal aufnehmen und vielleicht ein bisschen dagegen kämpfen. Und zwar wird immer befürchtet und auch gesagt, ja, im Zweifel mit den Großen, da einigt man sich. Auch hier in diesem Gespräch kam es mal. Also der Kleine wird verurteilt und bei den Großen, da kommt dann so ein Deal bei raus. Ganz kurz, damit wir nicht untereinander vorbeireden. Auch eine Verurteilung, die auf der Grundlage eines Deals stattfindet, ist eine Verurteilung. Auch eine abgesprochene Verurteilung ist immer noch eine Verurteilung. Und manchmal können wir ohne dieses Instrument nicht. Das ist einfach eine ganz rein tatsächliche Sache. Deswegen also nicht, wenn Sie in den Zeitungen lesen, Staatsanwaltschaft und Beschuldigter sprechen sich ab oder es liegt dem Ganzen eine Absprache zugrunde, wäre das per se etwas Schlechtes. Ich freue mich, dass wir einen erfahrenen Staatsanwalt aus der Schwerpunkt Staatsanwaltschaft mit dabei haben. Und vielleicht ganz kurz anekdotisch, weil Frau Gummiherr sagte, wir brauchen mehr Ausbildung und da muss so ein bisschen Know-how dahinter gesetzt werden. Das sehe ich natürlich absolut genauso. Ich bin ein großer Freund von Ausbildung. Ich verdiene mein Geld damit. Aber ich sehe, um auch dem Ganzen hier mal so einen positiven Drive zu geben, ich sehe durchaus natürlich auch Verbesserungen. Ich habe, wenn ich jetzt sage, vor 20 Jahren, dann wissen wirklich alle, wie alt ich bin. Aber als ich mein Referendariat in der Schwerpunktbereich Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafrecht gemacht habe, da hatte ich einen sehr jungen, durchaus engagierten Ausbilder. Und ich kam damals schon von der Uni. Also ich war schon promovierte Wirtschaftsstrafrechtlerin, der mich hilfesuchend anguckte und sagte so, kennen Sie sich aus? Ich habe hier mal so zwei Bücher gekauft. Das machen wir denn jetzt. Die Zeiten sind ja Gott sei Dank auch vorbei. Da ist jetzt eine ganz andere Manpower oder Frau-Power dahinter. Insofern, ich will hier nicht alles schlechtreden. Alles ist furchtbar. Aber ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich dringlich noch eine Zahl mit Ihnen teile. Ich teile ja heute keine Paragrafen mit Ihnen, aber ich will mal eine Zahl mit Ihnen teilen. Der Siemens hat, als es um die Aufbereitung des Korruptionsskandals ging, 600 Millionen Euro nicht an Strafe an Amerika gezahlt, nicht an Buße an Deutschland gezahlt. Also ich glaube, insgesamt haben sie eine Milliarde an die USA gezahlt. Aber sie haben noch mal 600 Millionen aufgewendet für die internen Untersuchungen. Das heißt, die Ermittlungen in dem, allein nur des Unternehmen Siemens hat 600 Millionen Euro gekostet. Sie ahnen schon, dass der gesamte Justizhaushalt von Bayern da nicht hinterherkommt. Ich meine, wir können uns hier hinsetzen und sagen, Staatsanwaltschaften besser ausbilden, besser ausstatten. Aber wir können denen jetzt nicht jeder Staatsanwaltschaft kurz eine Milliarde rüberschieben für den Fall, dass wieder so ein Großskandal kommt. Deswegen sind wir auf eines angewiesen. Und da sind wir, da brauchen wir überhaupt nicht drum herum reden. Das ganze Unternehmensstrafrecht ist eine regulierte Autoregulation. Und das bedeutet, wir sind darauf angewiesen, dass sie bei der Aufklärung mitmachen, dass wir interne Untersuchungen haben, die dann das Unternehmen selbst bezahlt. Das können wir gar nicht wuppen. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr ein Argus-Auge draufhalten. Nicht, dass wir später so ein Folgeproblem, dass wir so die Dose der Pandora öffnen und wir jetzt die Strafverfolgung privatisieren und uns hinterher wundern, dass es nicht klappt, weil immer die gleichen drei Großkanzleien Ermittlungen durchführen, deren Ergebnis wir glauben müssen, uns aber nicht gefällt. Da müssen wir tatsächlich ein Auge draufhalten. Das ist aber, nachdem wir jetzt hier so viel Kritik geübt haben, ich bin ja hier in der parteipolitisch neutralen Zone, deswegen darf ich ja auch mal positive Dinge sagen. Ich habe diesen Prozess im Justizministerium durchaus mit begleitet jetzt über die letzten anderthalb Jahre. Und zumindest das Justizministerium war sehr offen für Ratschläge. Die haben uns, mit uns meine ich, eine Gruppe von Wissenschaftlern mehrfach eingeladen. Und die haben nicht alles gemacht, was wir denen gesagt haben. Da habe ich auch mal gemault. Aber die haben sich zumindest angehört, was wir gesagt haben. Und das war so immer ein der Punkt, dass wir gesagt haben, da entsteht so eine Abhängigkeit dann auch von privaten Ermittlern. Da müssen wir sehr gut überlegen, wie wir damit umgehen. Und ich habe noch zwei Punkte auf meinem Zettel, die ich wichtig finde, anzusprechen. Und zwar zum einen sagte der erfahrene Staatsanwalt, er habe subjektiv das Gefühl, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sobald man die Möglichkeit hat, ein Unternehmen zu bestrafen, dann aber die Individualverantwortung so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Natürlich würde mir das ganz ernsthaft, wie ich Staatsanwältin wäre, und ich könnte mir abends in mein Tagebuch schreiben, heute Verbandssanktionen verhängt an Großkonzern XY 720 Millionen für die Staatskasse, würde mir das sehr viel mehr Spaß machen, als wenn ich daneben schreibe, ja und fünf Jahre für arme Socke S, die aus dem Unternehmen heraus dazu irgendwie getrieben wurde. Insofern kann ich dieses Phänomen mir durchaus vorstellen, meine auch, das in den Vereinigten Staaten beobachtet zu haben. Den sind nämlich die individuellen Personen auch sehr viel unwichtiger als das Unternehmen. Und als allerletztes, vielleicht auch nicht um die Diskussion jetzt zum Schluss nochmal ganz neu zu behalten, aber vielleicht als kleine nachdenkliche Überlegung für uns alle. Ich fand den Titel wirklich schön gewählt, too big to jail. Aber eines wissen wir, das ist natürlich auch ein bisschen tendenziös, wie ich ganz am Anfang gesagt habe. Das sollte es auch sein, es sollte ja auch eine Provokation sein. Was ich aber auch erlebt habe, und das kam hier gar nicht zur Sprache. Und nicht, dass ich das als Problem sehe, sondern nur, dass ich ein bisschen damit gerechnet habe, dass auch dieser Punkt hier erwähnt wird. Bestrafen wir ein Unternehmen, bestrafen wir ja jetzt nicht den blöden Vorstandsvorsitzenden. Ich meine, wo ist denn gerade der Vorstandsvorsitzende von Wirecard? Wir können Wirecard fünfmal bestrafen, ist denen auch egal, so in seinem tollen Leben in Weißrussland oder Thailand. Wir bestrafen, so es das Unternehmen noch weiter gibt, ja eine Gruppe von Menschen. Und zu dieser Gruppe von Menschen gehören auch die Arbeitnehmer. Und das möchte ich als ganz starkes Argument dafür einsetzen, dass wir bitte keine festen Sanktionsrahmen haben. Wir müssen die Interessen vieler Menschen einpreisen in die jeweilige Sanktion. Und es bringt uns alle am Ende nichts. Wir können jetzt über die Großkonzerne schimpfen. Wir können auch sagen, Mensch, VW hat jetzt mehr als einmal Sachen gemacht, die uns nicht gefallen. Aber VW zuschließen würde uns auch nicht gefallen. Wir müssen auch immer sehen, es gibt Shareholder, die sind uns vielleicht heute nicht so nah wie die Stakeholder. Und dazu gehören eben auch die Arbeitnehmer. Die Interessen müssen berücksichtigt werden können. Und das können wir nur, wenn wir die Sanktionen möglichst weich formulieren. Aber, und das vielleicht auch als gute Nachricht, wir kennen ja diesen Mechanismus. Im Kartellrecht haben wir ja zehn Prozent des Umsatzes. Und unterhalten Sie sich mal mit den Verfolgern der Kartellbehörde. Die sind richtig gut in ihrem Job. Die wissen verdammt, wie man sanktioniert. Und die wissen aber auch, wie man so Sanktionen gut berechnet. Ja, vielen Dank. Und ich würde gerne dieses Webinar mit meinen berüchtigten abschließenden Bemerkungen schließen und auf ein paar Punkte noch mal eingehen und das für mich so zusammenfassen. Zum einen meine persönliche Erfahrung nach elf Jahren früher in den sozialen Bewegungen, jetzt in der Politik. In der Tat, es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die das Thema Sanktionierung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität nicht so wichtig finden. Die Frage war ja gestellt worden, wer sanktioniert die eigentlich? Und da muss man eben sagen, der Wähler und die Wählerin. Am Ende ist es doch ganz klar, wenn Parteien sagen, sie sind Wirtschaftspartei und meinen damit, so wie Manuela das geschildert hat, dass es eben kein Unternehmen Sanktionsrecht gibt, weil das ein Generalverdacht sei, dann ist das ja eine klare Aussage. Und es sind letztlich Wählerinnen und Wähler, die das abwägen müssen. Und gleichzeitig finde ich politisch so interessant, dass dieses ganze Feld der Rechtspolitik aus meiner Sicht im Verhältnis in der politischen Bedeutung, da ist ja auch vielfach im Leitblatt der Rechtsstaatspolitik der FAZ in Deutschland immer wieder darüber geklagt worden, dass dieser Bereich der Rechtspolitik im politischen Selbstverständnis, auch der politischen Klasse, eher ein Stück an Profil verloren hat. Wir Grünen sind gegründet worden, auch als Bürgerrechtspartei. Bürgerrechtspartei hieß für Grüne, in zuvorderst Schutzrechte gegenüber dem Staat wirklich scharf zu stellen. Also der Datenschutz, ein ganz großes grünes Anliegen. Aber auch viele andere Schutzrechte gegenüber dem Staat, wo wir sehr skeptisch waren, anlasslose Massenüberwachung und auch häufig in der Minderheit waren gegenüber anderen. Aber eine andere Ebene der Rechtspolitik ist nicht genauso stark Markenzeichen von uns Grünen gewesen seit Gründung, nämlich die Gleichheit vor dem Recht. Und genau dieses Thema des Webinars zielt auf diese Idee der Gleichheit vor dem Recht. Ich sage das hier nicht, um Manuela Honig um den Mund zu schmieren, sondern ich sehe, dass sich da was verändert hat in den letzten vier Jahren, seit du da bist. Diese Themen sind größer geschrieben worden. Dinge, die früher auch in der Grünen Bundestagsfraktion nicht leicht zu erreichen waren. Klare Zustimmung für höhere Sanktionen im Unternehmensbereich, Whistleblower-Schutz. Auch bei den Sammel- und Gruppenklagen hat es eine Weile gedauert. Es gab eine ganze Reihe Themen dieser Art. Das hat gedauert. Und das ändert sich jetzt. Und ich habe die Wahrnehmung, auch in der Bevölkerung gibt es sehr viele, Leute, die dieses Gefühl teilen, dass der Staat nicht effektiv genug ist bei dem Thema Gleichheit vor dem Recht. Und da ist ein politisch offenes Feld, weil die Partei, die das früher vertreten hat, war die FDP. Die war an sich erst mal vom Anspruch her, die das wirklich gemacht haben. Das war der Anspruch. So, und dieses Feld ist offen. Einige Parteien sagen, sie wollen lieber da nicht so sehr sanktionieren, weil es die Wirtschaft stören könnte. Und andere sind hier eher auf, den Staat stärken ist immer schlecht. Und dazwischen gibt es ein Verständnis von Bürgerrechtspartei, das weiter den Schutz vor dem Staat nicht vernachlässigt, aber auf der anderen Seite die Gleichheit vor dem Recht betont. Und dazu gehören eben diese Vorschläge, die hier jetzt auch, ja, und da waren wir uns in der Grundrichtung einig, gemeinsam Konsens waren. Also höhere Sanktionsmöglichkeiten, die tatsächlich Abschreckungscharakter haben. Und ein höheres Entdeckungsrisiko durch die Stärkung von Whistleblowern. Ein Thema, was wir hier nicht diskutiert haben, war, ob denn wie in den USA nicht Whistleblower auch eine Kompensation brauchen, wenn sie etwas offenlegen, damit die Anreize stärken. Das ist in Deutschland ein ganz heikles Feld. Aber in den USA gehört das auch bei deren Erfolgen mit dazu. Dann war die Argumentation, sei das, sei diese Stärkung der verschiedenen Vorschläge, die hier genannt wurden. Ich wiederhole sie nicht alle. Lena hat einige Interessante noch aus anderen Ländern gebracht. Im Einführungsvortrag und auch bei dem, was Manuela vorgestellt hat, waren die Elemente da. Verpflichtung des Staates zu ermitteln und zudem stärkere Veröffentlichungspflichten. Das kenne ich übrigens auch aus der Finanzmarktregulierung. Stichwort Marktmissbrauch. In anderen Ländern, in Großbritannien, werden Sanktionen veröffentlicht und nur im absoluten Ausnahmefall nicht veröffentlicht. Bei uns wird in aller Regel nicht veröffentlicht und nur im Ausnahmefall veröffentlicht. Die Veröffentlichung einer Sanktion, gerade wenn es nicht um Privatpersonen geht, sondern bei Unternehmen, ist aber auch Teil der Abschreckungswirkung. Also das heißt, diese Elemente sind hier diskutiert worden und ich finde das richtig und wichtig, dass wir das auch im Wahlprogramm, im Grundsatzprogramm in einer viel stärkeren Form verankert haben, als das vorher der Fall war. Aber wir müssen an einer Stelle dabei aufpassen und ich finde das auch von der Rhetorik sehr wichtig. Das Ganze ist nicht gegen ökonomische Interessen gerichtet. Es ist geradezu das Gegenteil der Fall. Die deutsche Wirtschaft hat unter diesen großen Skandalen massiv gelitten. Wer mit dem ökonomischen Argument operiert, um gegen eine gleichmäßige Rechtspolitik zu agitieren, aus meiner wirtschaftswissenschaftlichen Sicht ist das einfach nur unzutreffend. Also Siemens, VW, unsere Großbanken, die haben doch wegen dieser Verstöße so stark an Börsenwert verloren und nicht wegen einem Übermaß an Strafverfolgung. Und insofern geht es hier auch um die Interessen starker Unternehmen und es geht, oder das zweite Argument, um fairen Wettbewerb. Weil es gibt ja eine Mehrheit weitgehend rechtskonform handelnder Wirtschaftsakteure, die dann verlieren. Und das ist ja hier mehrfach gesagt worden. Im Kartellrecht finden wir das total normal und in diesem Bereich aber nicht. Und in vielen anderen Rechtsbereichen nicht. Und das, glaube ich, muss sich im Denken verändern. Und da will ich noch ein Letztes zu sagen, dass damit Behörden so scharf vorgehen und auch Strafverfolgungsbehörden so scharf vorgehen, wie wir das im Kartellrecht kennen, braucht es einen gesellschaftlichen Willen, das zu tun. Die Kartellbehörden sind so stark geworden, weil das zum Grundkodex sozialer Marktwirtschaft gehörte. Überall war klar, zum Markt gehört der Kampf gegen Kartelle und Preisabspar. Und genauso muss zu einer Neufassung sozialer Marktwirtschaft gehören, dass man gegen Unternehmenskriminalität vorgeht. Und das ist eben um das Interesse am fairen Wettbewerb willen. Und von daher ist das Wirtschaftspolitik, was wir hier diskutieren und nicht nur Rechtspolitik. Wobei ich damit die Rechtspolitik in keiner Weise geringschätzen will. Und zu guter Letztes von einer Kommentatorin noch auf etwas hingewiesen worden, was ich nur unterstreichen kann. Vieles von dem, was wir hier diskutieren, ist eigentlich internationale Verpflichtung. Wir haben bei der OECD ganz klare Regeln und auch nach einem wirksamen Unternehmenssanktionsrecht. Haben wir aber in Deutschland nicht. Im Bereich Sammel- und Gruppenklagen und bei den Whistleblowern haben wir europäische Rechtsfortschritte durchgesetzt, wo wir Grünen gerade bei den WhistleblowerInnen auch großen Erfolge hatten und stoßen jetzt auf ein Unwillen der großen Koalition, das wirklich umzusetzen. Aber die werden das am Ende umsetzen müssen, beziehungsweise eben nicht mehr, sondern wir müssen das dann machen. Aber eben anspruchsvoll. Und da hoffe ich, dass auf europäischer Ebene wir da auch weitere Erfolge in diese Richtung zeitigen können und da eben zu einer Kultur kommen, da wirklich schärfer vorzugehen. Jetzt zuletzt will ich noch was Kritisches über unsere eigene Partei sagen. Ich glaube, dass diese Fragen der Gleichheit vor dem Recht, da haben wir eine klare Stärkung des Bewusstseins. Wo wir noch nicht sind, ist, dass wir wirklich eine eigenständige, starke Politik zur Bekämpfung von Korruption auf allen Ebenen haben. Korruption ist ein, ist immer ein Thema gewesen, das findet irgendwie in Entwicklungsländern statt. Aber wir verschlechtern uns in den Indizes und es gibt Anzeichen, dass wir in einigen sensiblen Bereichen, ich sage mal sowas, kommunale Auftragsvergabe, Vergabe von Grundstücken für Bauland, Bauerwartungsland, Vergabe von Posten im Bereich von öffentlichen Unternehmen. Da haben wir Umgang mit großen Parteispenden und ein Thema, weil Manuela und ich nicht völlig einer Meinung sind, der Umgang mit Karenzzeiten. Diese Themen sind sehr sensibel in der deutschen Öffentlichkeit und ich finde, es ist unsere Verantwortung als Grüne auch in diesem Bereich der Korruptionsbekämpfung eine eigene, öffentlich stark sichtbare Agenda zu haben. Und ich werde da für jedenfalls weiterarbeiten, mein Kollege Daniel Freund im Europaparlament auch. Ihr macht das sicher auch im Bundestag, aber ich finde, da könnten wir noch lauter werden und ich glaube, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger würde uns das danken, wenn wir in all diesen Feldern lauter wären. So, meine abschließenden Bemerkungen müssen meine Gäste immer ertragen, auch wenn das zum Teil schwer ist. Aber die Diskussion ist offen und ich danke euch, dass ihr dieses und sie Ihnen, dass ihr dieses Webinar möglich gemacht habt. Ich bin jedenfalls ganz erfreut und dass das so viel Anklang gefunden hat. Ich bleibe da jedenfalls dran. Ihr auch. Alles Gute. Lena demnächst im Bundestag. Manuela hat ja einen sicheren Listenplatz. Du bist sozusagen schon, stehst vor dem großen Wahlkampf, aber das wird alles weitergehen. Und Sie, Frau Beck-Kämper, vielen Dank, dass Sie hier mitgemacht haben und Glück für Ihre Studierenden in Leipzig, dass man sie dort weiterhören kann. Ja, alles Gute. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss.